Fantastisch! Nur der Pyrogamer, der scheint ein Profi zu sein, der scheint ein Profi zu sein, mit dem werde ich jetzt erstmal die Höhle hier erkunden, dass das ein bisschen vorangeht, aha, er ist schon da hinten zugegangen, wir gucken jetzt, was hat er denn hier gemacht, gucken wir jetzt mal, dass wir jetzt hier noch ein bisschen mal eben die Höhle erkunden, ich hab auch noch, weil Monster sind ja an, Monster sind ja definitiv an, die hab ich ja angemacht, Ja, Redstone für die Level, nehmen wir mal eben gerne mit noch, das Eisen hier natürlich auch, aha, ma, na, Mark, was, Mark, 9, 4, 4 ist dem Spielball getreten, ja, sind wir jetzt gleich eigentlich voll, wo sehe ich denn eigentlich die, ah, jetzt hier, nee, wie habe ich denn eben die Spielerliste gesehen, habe ich die auf Optionen gesehen, Spieleinladung, wie habe ich das denn eben, Wie habe ich das denn eben gesehen nochmal, ich weiß es gar nicht mehr, keine Ahnung, wie habe ich denn eben die, das ist mir ein Rätsel, das ist mir echt ein Rätsel, wie ich das eben gesehen habe, na gut, ist ja auch egal, Pyrogamer hilft uns jetzt hier auf jeden Fall mal ein bisschen, beim Abbauen, das finde ich schon mal ganz gut, hier ist echt viel Kohle, die können wir gleich auf jeden Fall noch benutzen, Level 6 bin ich ja schon, dann fehlen ja eigentlich nur noch ein paar Dias, hier müssen wir da mal ein bisschen die Höhle durchforsten, hier gibt es bestimmt noch irgendwo Gold, Ja genau, er geht jetzt mal da her, ich gehe jetzt mal hier her, dann durchforsten wir das mal eben noch schnell, ah, ich habe nur noch vier Fackeln, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber sollte reichen, okay, hier ist unser Eingang, das muss ich mir immer merken, hier ist gar nichts, ist doch, hier ist noch was, hier ist noch was, hier ist noch was, hier ist noch Redstone, Redstone nehme ich immer gerne mit für Level, Okay, Kohle nehmen wir auch noch mit und dann gucken wir gleich mal eben oben, was da noch so abgeht, aber wir gucken mal eben auf der Karte, okay, einige Leute, die jetzt hier noch einfach wild rumlaufen, ich weiß nicht genau, wie man, ich weiß nicht genau, wie man chattet hier, ich weiß es nicht, ob es überhaupt, ich glaube nicht, dass das möglich ist, ich glaube nicht, dass das möglich ist, aber wir müssen es mal herausfinden, Wir müssen es einfach mal herausfinden, ob es geht, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ah, mein, ah, okay, wir haben noch, wir haben noch genug, wir haben noch genug, ah, für neue Fackeln, wunderbar, 32 Stück, zack, ah, mehr Eisen, mehr Eisen, wir können uns gleich noch ein, zwei Eisenspitzacken machen, kann ich noch was für die Community zurücklegen in der, in der Truhe, ist auch nicht schlecht, Das reicht auf jeden Fall, hier ist nämlich nichts mehr, vielleicht noch ein bisschen was für ein paar Pfeile, ein bisschen, äh, Gravel oder so, ein bisschen für ein bisschen Flintstone oder so, wer weiß, aber hier ist irgendwie, im Grunde habe ich, glaube ich, auch kein Glück mehr, Ja, Diamanten haben wir noch nicht, Diamanten habe ich auch noch nicht gesucht, wie, auf welcher Höhe sind wir überhaupt? Höhe 11, das, okay, also Diamantenhöhe rein theoretisch, hier hinter ist einer, hier hinter ist ein Diamant, ich spüre es, ich spüre es, nein, schade, kein Diamant, Es wäre ja auch zu schön gewesen, es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn jetzt hier ein Diamant hinter wäre, nein, wenn man es immer sagt, dann passiert es trotzdem nicht, man versucht es ja immer wieder, aber wir haben schon, wir haben auf jeden Fall ein bisschen, hier ist genug Flintstone auf jeden Fall, das ist schon mal gar nicht mal schlecht, hier ist genug Flintstone für uns alle, hier fällt ja echt viel raus, okay, muss reichen, oh, Redstone noch, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit, Ach man, wieso ist denn hier nichts, ich will doch nur ein Dia finden, hinter die, in der Redstone sind ja immer auch Diamanten, ne, wisst ihr ja, nein, Spaß, wir nehmen das mal eben noch mit, Ich bin gleich schon, oh, Level 8 schon, ich bin noch nicht gestorben, ich bin richtig stolz auf mich, aber die anderen überleben ja gerade auch noch, das ist auch nicht schlecht, Ich weiß nicht genau, wie wir das bei Minecraft Waro auf der PS4 dann machen wollen, Ah, da oben ist auch einer, weil du darfst ja quasi, du darfst ja keine Karte haben, also am Anfang müssen alle ihre Karte weglegen, weil du darfst ja, wenn du eine Karte hast, dann siehst du ja die anderen Spieler, Das ist so, das weiß ich nicht genau, wie das dann funktioniert, Ich würde auch mal gerne wissen, was mit den Hostprivilegien funktioniert, ich weiß aber auch nicht genau, was ich hier drücken muss, ich gucke schon die ganze Zeit auf meinen Controller drauf, Da wechsel ich die Kamera, ich habe also schon ein schönes Helmchen auf, Level 10, oh, jetzt bräuchte ich nur ein paar Dias, dann könnte ich schon was verzaubern, Ich würde aber natürlich am liebsten meine Spitzsacke verzaubern, damit das schneller geht, Okay, das muss ich noch abbauen, Dann müssen wir unbedingt mal wieder nach oben, Ein paar Schienen, keine Ahnung, Ob ich sie jemals brauchen werde oder nicht, Da sind wir, Ja, hier sind wir auf jeden Fall hergekommen, Und dann gehen wir mal wieder nach oben, gucken mal, dass wir den Leuten noch was Gutes tun können oben, Ui, ein Loch, Gucken mal, ob da noch wer rumspangelt oben, Bin ich schon an unserem, Bin ich schon an unserem Eingang vorbeigelaufen? Wo kam ich? Oh, 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 Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, Klar, eine Giftspinne ist klar, Alter, 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 Wieso konnte ich nicht sterben? Wieso bin ich denn nicht tot? Was? Wieso lebe ich noch? Was? Ah, Alter, Wieso habe ich das denn überlebt? Ich hätte doch tot sein müssen, Wieso durfte ich denn überleben? Ich weiß es nicht, Ich bin gerade total verwirrt, Weil ich gar nicht weiß, warum ich noch lebe überhaupt, Oh, nö, nicht noch einer, Oh, Alter, Die Viecher machen mich echt komplett fertig, Ah, hier sind wir hochkommen, Oh, ich hätte, Ich weiß nicht genau, was das war, Ob das irgendwie an so einem Hausprivilegien liegt, Das ich noch lebe, Oh, Alter, Mein Herz, Mein Herz, Das ist unglaublich, Mein Herz war auf 180.000, Ist jetzt irgendwer hinter uns? Nein, Zwei Leute sind unten, Ich muss mal eben gerade hochgehen und gucken, Ob jetzt irgendwer noch oben ist und auf uns wartet oder so, Ah, hier ist schon ein Mining System von einem, Hier geht es jetzt weiter hoch, Ah, hier, Ah, da oben ist einer, Da oben ist einer, Vielleicht ja jemanden, Den wir noch nicht getroffen haben eben, Ja, wir müssen ja echt, Am Anfang fängst du echt nur an und machst dir dein ganzes Zeug zurecht, Also bevor du jetzt mal irgendwie weiter vorgehst, So, Da ist er doch, Da hinten, Da hinten ist er doch, Mal gucken, wer das ist, Schafe, Ein Schaf, Hä, wo ist der, Ach, da hinten, Da hinten ist er, Komm her, Wie auch immer du bist, Er sieht mich nicht, Er sucht auf der Karte, Aber er sieht mich nicht, Hallo, Ach, Ursula, Dreh dich um, Oh, er leckt aber, Ursula, Hier bin ich, Hallo, Alter, Ursula, 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 Hallo, Wir bauen jetzt unsere Base, Ursula, Ursula hat, Ursula hat, Ursula hat, Danke Ursula, Setz ich mir doch, Ja, Ursula hat einige, Hat einige Kürbisse schon dabei, Nein, Ich will doch nur einen haben, Ich will einen Kürbis aufsetzen, Das ist so geil, Ah, Endlich sehe ich wieder was, Was, Kann ich denn mal wegschmeißen, Kiesgein, Alter, Was ist denn hier los, Geben, Geben die Leute mir ihr ganzes Zeug, Leute, 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 Ich muss erst mal eine Truhe bauen, Ich muss erst mal, Ich muss erst mal, Erst mal baue ich jetzt mal eine Truhe, Da tun wir jetzt erst mal alles rein hier, Könnt ihr jetzt auch erst mal alles rein tun, Aber wo Eisenerz, Müsste ich ja, Eigentlich müsste ich ja das Eisenerz mal eben brutzeln, So, Das machen wir jetzt mal nämlich eben im Ofen fertig, Kohle habe ich nämlich richtig viel noch, Alter, Ist auch nicht schlecht, Steven, Der Erste hat schon relativ viel fertig, Wo ist denn das Eisenerz, Da ist das Eisenerz, Hier ist das Gold drin, Ich weiß ja nicht genau, Wofür ich das Gold brauche, Keine Ahnung, Ich muss mal wissen, Wie man schattet, Ich gucke das jetzt mal eben nach, Ähm, Auch wenn es jetzt mal eben etwas natürlich hängt, Und, ähm, Mein, Äh, Minecraft, PS4, Chat, Ich habe keine Ahnung, Vielleicht nur unter Chat, Still no Game, Ah, still no Game Chat, Okay, Also es gibt also kein Game Chat, Ich könnte die aber höchstens in eine Party einladen, Aber dann müsste ich, Wer sollen die alle so gute Kostüme und ich nicht, Wo ist mein Eisen, Wer wird mein Eisen geklaut, Nein, Es geht doch ein bisschen drunter und drüber, Aber wir müssen auf jeden Fall gleich mal eben ein bisschen was bauen noch, Der frisst sich schon was, Ich muss echt überlegen, Wie wir das hinkriegen mit dem Game Chat, Oh, Er ist verhungert, Er ist verhungert, Na gut, Das geht also doch, Wir sind auf jeden Fall schon einige Leute zusammen, Äh, Spitzhacke könnte ich mir mal eben noch bauen, So, Ich habe mir nur einen Spitzhacke gebaut, Wie, Was macht der denn die ganze Zeit, Der GFR, Der verhungert die ganze Zeit, Wie lange nehme ich denn überhaupt schon auf, Ich muss ja eben den Browser hier wieder schließen, Ich habe das ja nachgeguckt, Äh, Vielleicht muss ich das nächste Mal wirklich mal irgendwie so ne, Weiß ich auch nicht, Irgendwie so ne, So ne Party oder sowas hier, Kann ich das nicht machen? Freunde, Ne, Ah, Du kannst nur sowas machen, Du kannst nur so ne Party machen, Aber dann kannst du, Dann kannst du mit denen nicht chatten, Na gut, Das ist natürlich, Aber der schraubt was, Vielleicht, Vielleicht hilft das ja weiter, Wenn er etwas hinsetzt, Ähm, Ich bin mal gespannt, Was da jetzt, Was da jetzt mal rauskommt, Wenn er da was hinschreibt, Ob ich das, Ob ich das, Ob das dann so bleibt, Ob ich das nehmen darf, Ob ich, Ob das, Äh, Ja, Stell mal ein, Dass wir reden können, Ähm, Moment, Das muss ich mir eben rausfinden, Wie das, Wo war denn hier das Schild? Oh, Da brauch ich noch einen Holzblock für, Dein Ernst, Dein Ernst, Dass ich da noch einen Holzblock für brauche? Ähm, Die packen wir weg, Die Schilder packen wir da hin, Jetzt schreiben wir das mal eben, Äh, Wo ist das denn? Wo ist das Fragezeichen denn? Hä? Wo ist das denn, Bin ich blind, Oder wo sehe ich hier? Ach, Da oben, Nein! Ah, Hier, Okay, Nein, Ich bin noch fertig, Hä? Mann, Wieso kann ich die denn nicht wählen jetzt? Ich muss das doch nur schreiben, So, Hä? Nee, 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 Wieso kann ich nicht schreiben? Mann, Das ist, Nee, Das geht doch nicht, Wie? Er will nicht, 1, 1, Steht immer noch nix drauf, Steht da oben drauf, Essen, Steven, Wieso kann ich denn nix schreiben? Wieso kann jeder, Dödel, Was schreiben, Nur ich nicht? Äh, Wie? Warte mal, Wie kann, Oh, Ist das ne verplante Folge, Ohne Scheiß, Wie kann, Mann, Okay, Das geht schon mal nicht, Ähm, Wie mach ich das denn jetzt mal eben? Wie? Tchä? Tön, Jetzt machen wir eben noch ein schönes Fragzeichen hin, Ich weiß nicht, Wie ich das, Ich weiß nicht, Wie ich das machen kann, Also, Jetzt wird es vielleicht jemand lesen, Oh, Ist noch ne Spinne, Die machen wir eben noch schnell kaputt, Und jetzt eben noch den String, Ich weiß nicht, Wie man chattet, Ich hab keine Ahnung, Vielleicht wird mir das ja jetzt jemand mit einem Schild, Das ist echt, Das ist echt ein Schilder, Ein Schilderwald hier, Ich muss mal eben jetzt hier das Zeug wegnehmen, So, Er wird, Er stirbt einfach dauernd, Äh, Was ist das hier? Danke, Hat jemand ein Wolle, Kann mir jemand was zu essen? Leute, Ich hab Riesenschlucht gefunden, Das ist schon mal echt, Zumindest schon mal gut, Dass man hier, Äh, Was machen kann, Nimm mein, Nimm meine Party an, Fred, Ähm, Mal eben gucken, Wer war das? Wer hat mich eingeladen? Ach, Das war Stevie, Genau, Stevie der Erste, Ich hoffe nur, Dann hört man das nicht in der Aufnahme, Deswegen würde ich sagen, Wir machen uns auf jeden Fall gleich mal eben hier, Schluss mit der Aufnahme, Dann gehe ich mal eben noch in die Party rein, Äh, Stevie der Erste, Party von Stevie der Erste, Ah, Okay, Ich erstelle einfach eben eine, Party von, Diese Party erstellen, Ich denke mal, Jetzt müssten eigentlich, Ähm, Ich die Party erstelle, Müssten normalerweise dann Leute reinkommen können, Ich muss dann mal eben gleich mein Headset holen, Dass ich auch mit den Leuten reden kann, Äh, Ist das ein, Ist das ein Tohuwabo hier, Mitten in der, Mitten in der Aufnahme, Machen wir jetzt hier noch eine Party, Äh, Alter Schwede, Ist das ein Hackmeck, In dieser zweiten Folge, Ne, In der dritten Folge schon, In der dritten Folge von, Minecraft, Clashcraft, Für, PS4, Ach, Erstell doch die Party jetzt, Du Hayopai, Äh, Ja, Ging natürlich wieder nicht, Deswegen müssen wir da gleich mal eben rein, Ah, In der Party sind sogar zwei drin, Ähm, Ich schreibe das jetzt mal eben als Schild, Chatten gleich Party, Moment, Ich muss es mal eben kurz, Ich erkläre das jetzt mal eben kurz, Dass ich jetzt gleich nach der, Nach der Aufnahme mal eben eine, Äh, Gleich nach der Aufnahme mal eben eine mache, So, Jetzt werde ich jetzt mal eben ganz schnell den Leuten hier erklären, Jetzt werfen wir mal eben den Kaktus weg, Ach, Leute, Jetzt muss er eben jetzt hier noch das Zeug hin, Es ist so eine, Es ist einfach so ein Chaos hier, Jetzt stelle ich da eben das Schild hin, Ähm, Komme, Leerzeichen, Es ist echt ziemlich, Gerade ist es noch ziemlich aufwendig, Ich gucke mal, Dass ich das gleich nach der Aufnahme mal eben, Komme gleich, In, Boah, Leute, In, Die, Ach, Nochmal ein Leerzeichen, Party, Leerzeichen, Und noch ein Leerzeichen, Und noch ein, Smiley dahinter, Äh, Kann ich nur ein Smiley machen? Ich, Ich, Ich kann gerade echt nicht, Äh, Ah, Da, Ich hoffe, Macht die Aufnahme zu, Werd dann mal in die Party gehen, Werd das mal ausprobieren, Und dann, Würd ich sagen, Sehen wir uns das nächste Mal wieder, Bei einer Folge, Clashcraft, Wenn ihr Bock habt, Also bis zum nächsten Mal, Ciao!